Wir begrüßen Sie ganz herzlich durch so der Sentimental Journey in the Sensing, eine sentimentale Reise. Sollt ihr abends und werfen? Wir fragen uns immer, wie stellen Sie so eine Reise zusammen? Welche Lieder kommen mit? Welche Songs werden ausgewählt? Welche Songs müssen über die Klinge springen? Und angefangen hat ja das mal alles mit unserem Basischt, mit dem Fridolin. Mit mir? Und wir nämlich bis in ihrer Tante im Glarnerland zum Geburtstag gesungen haben. Der Tante Therese. Zum Wartezeit zwischen den Auftritten ein wenig zu verkürzen, hat uns Fridolin das Haus der Tante Therese gezeigt. Und gelandet sind wir schliesslich auf dem Estrich. Der Blunder von früher. Zum Wartezeit zwischen den Auftrag des ZDF. Zum Wartezeit zwischen den Auftrag des ZDF. Zum Wartezeit mit dem Auftrag des ZDF. Vielen Dank.